Ja, moin zusammen und Happy Halloween! Was? Es ist noch nicht so weit. Kommt schon noch, kommt schon noch, kommt schon noch. So, lass uns mal ins Wimmelbild reingehen. Was haben wir denn hier? Lila Haare. Okay, ein, zwei, drei, vier. Oh, okay. Gut. Was? Das wie meine Schwester aussieht? Okay. Ich, was? Weitergehen, ne? Okay. Lavendelfarbene Jacke. Vier Stück. So, ja. Und, äh, sie? Da. Hm. Hm, nicht besonders hilfreich. Wo soll ich hinklicken? Da. Okay. Braune Tasche. Aber, mal ganz ehrlich, würde sie nicht nach uns suchen. Ich glaube, sie würde nach uns suchen. Sorry, I don't think I know you and I've never seen the girl in the photo. Hm. Nicht? Okay. Hä, das ist viel zu kompliziert. Okay. viel zu kompliziert, was für eine Erleichterung, Annabelle, ich bin in einer Minute da, Schlüssel. Das sieht mir viel zu sehr nach. Irgendeiner Art von Wirden, oh, betrifft keine falsche Wahl. Ich habe aber so oft falsch geklickt, ähm, viel zu kompliziert. Ordne die Schlüssel so an, dass sie in die gegenüberliegenden Schlitze passen. Wede zwei Schlüssel aus und drücke das Zahnrad in der Mitte. Ah, okay. Ja, ich sehe. Gut. Also hier so mit so einem Pinökel dran. Das könnte der da sein. Dann hier, eins, zwei, drei, vier Pins. Vier Pins. Nee, der irgendwie nicht so richtig, ne? Äh, weiß ich nicht. Der hinter, der hier müsste es sein. So, ähm, hier haben wir oben, unten, oben, so. Hier haben wir das mit dem langen Ende. Oh, warte mal, das könnte auch der sein. Haben wir einen mit einem noch längeren Ende? Ah, hier. Okay. Das heißt, du gehörst dahin. Cool. Und dann, ihr beide getauscht und zack. So. Okay. Zirkuswagen. Na, mal sehen, was uns hier erwartet. Hey. Oh. Mhm. Ist das so? Na. Aber wieso? Hm. Ach. Hm. Hilf mir erst mal, diese Fessel loszuwerden. Oh nein, Annabelle, ich werde dich befreien. Lass Annabelle frei. Okay. Ich könnte natürlich auch einfach zu ihr rüber gehen. Und sie anteilt mich. Aber so ist das viel einfacher. So. Okay. Das hätten wir schon mal. Hier haben wir auch ein Dingelchen, das wir finden sollen. Eine Auszeichnung. Du. Okay. Gewichtheber. Ja. Lass mal kurz gucken. Auszeichnung. Da ist er. Schwergewicht. Kevin MacLeod wurde 1883 als der stärkste Mann der Welt anerkannt. Er konnte einen Betonstall, der so dick wie ein Schiffskabel war, biegen, gegen Bären kämpfen und ein Auto auf der Stelle anhalten. Die armen Bären. Ist das gesund? Mal so an die Athleten gefragt. Also allein die Rückenpositionen würde ich sagen. Nein. Okay. Gut. Gehen wir mal weiter vor. Was haben wir denn hier? Wow. Lecker. Gut. Die öffnet sich einfach so. Die Leute sind so dumm und naiv. Sie wissen nicht einmal, dass das Zirkuszeit absichtlich in Brand gesteckt wurde, um sie auszuräuchern und direkt in meine Hände laufen zu lassen. Felix. Toll. Ganz toll, der Typ. Ganz toll. Du hast eine Notiz gefunden. Uninteressant. Irgendwas haben wir hier noch, ne? Ach, die Tickets. Natürlich. Die Tickets. Und ein leeres Feuerzeug. Das ich auffüllen kann. Aber kann ich noch nicht. So. Hier haben wir nix, nix, nix. Da ist noch ein Jack in the Box. Dann sag ich doch. Es wäre besser, ihn zu entwaffen. Wie kann ich... Was kann ich auf diese Klinge legen? Den? Ne? Nicht? Hm. Okay. Nein. Auch nicht. Nüsse? Hm. Ne. Oh meine Güte. Okay, wir lassen dich erst mal in Ruhe. Was haben wir denn hier? Hm. Ich schätze, ich muss den fehlenden Edelstein hier einsetzen, um das Schloss zu öffnen. Was denn? Der Rode sieht ein bisschen kaputt aus. Aber ansonsten... Naja gut. Wie haben sie sie denn hier reinbekommen? Was ist das da? Oh meine Güte. Was für eine Stinkerei. Ich mag Weihrauch. Aber das ist definitiv zu viel. Ich sollte den Rauch lieber loswerden. Mit dem Hut. Ich sag's nur ungern, aber die Dinger brennen weiter und werden neu. Ohne Rauch verursachen. Also. Oh. Ein Korken. Okay. Ähm. Habe ich etwas, womit ich das Werk schmelzen könnte? Hm. Noch nicht, aber bald. Fum. Hehehe. Okay. Hört sich nicht gut an. Finde ich aber trotzdem klasse. Äh. Ja. Gut. Okay. Raus hier. Hi. Okay. Na gut. Oh. Oh. So. Ein Korken. Ein Korken auf das Ding. Na, piek. Und? Möchtest du nochmal so komisch lachen? Nein. Gut. Wir nehmen mit Kürbistasse und... Ah. Das ist vollgezeugbenzin. Ja. 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 Fump. Ich könnte mich täuschen, aber muss man das nicht umgekehrt halten? Oh. Umdrehen? Oh. Egal. So. Hier. Fump. Okay. Es ist geschmolzen. Und dann hängt sein Arme auch gleich ganz schlaff herab. Na gut. Edelstein. Das Stück vom Edelstein. Wähle die Edelsteine in der Reihenfolge, die sie aufleuchten. Okay. Dam, 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 dam. Ähm, okay. Was ist hier? Dreh die Sechsecke, um die Edelstein in der gleichen Farbe mit einer durchgezogenen Linie zu verbinden. Ähm, okay. Das passt nicht. Ja, cool. Das passt nur so. Ja. Okay. Könnte gehen, ne? Nein, könnte nicht. Ah, ja. So. Und dann kommst du nämlich da hin. Und du hier hin. Ah, du musst dich noch drehen, damit hier unten der Anschluss passt, ne? Nein, das passt nicht so ganz, findest du nicht? Das passt besser. So. Der. Ich mach's mal so um, ne? Okay. Irgendwie hier. So sieht's besser aus. Ich weiß, der Anschluss funktioniert schon, aber ich hätt's gern ordentlich. So. Da. Und so. Und... Na, guck. Läuft. Du bist frei, du bist frei, du bist frei. Ah, na, ja. Hm. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah. Was ist los? Ich fühle mich wehren. Äh. Back off. Ich will alles später erklären. Hör auf. Du musst schlafen, während ich sie zurückgehalten habe. Äh. Okay. Das ist aber doch... Sie war doch mit unerwarteter Hilfe, ne? Glaube ich. Meine Schwester, sie hat sich in ein Monster verwandelt. Ich muss einen Weg finden, ihr zu helfen, um wieder ein Mensch zu werden. Und zwar Flux. Flux? Lass ich mich mit. Errungenschaften. Ne, das wollte ich eigentlich... Ach, naja, gut. Wenn wir hier schon drin sind, können wir das auch machen. So. Drei in drei. Fünf in fünf. Aber da. Das ist Geschichte. Wimmelbild ist sehr unwichtig. 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 Kriegen wir sowieso. Machen wir auf keinen Fall. Zehn in zehn Sekunden. Sollen wir es mal riskieren? Ja. Vielleicht können wir es mal riskieren. Ja. Bei einem passenden Wimmelbild spielen. Halloween-Objekte. Das habe ich vor. Das habe ich auch vor. Finde alle... Das habe ich ebenfalls vor. Und das ist wieder Geschichte, ne? Okay. Gut. Na schön. Aber ich habe doch hier gerade was gefunden. Was habe ich denn gefunden? Halloween-Objekt, ne? Da. Das Gewehr. Mögen die einzelnen Explosionen in deinem Leben die Explosionen vom Feuerwerk sein? Okay. Weird, äh... Weirdes Konstrukt. Aber, ja. Firework. Katy Perry. Hm. Was haben wir denn da? Guck mal. Das nehme ich erst mal mit. Das ist bestimmt gut. Da sind Tickets. Oh, lass uns shoppen gehen. Shopping. Das ist nicht Shopping. Oder? War das Shopping? Doch, klar. Zirkus-Tickets. So, ich habe sechs Stück. Sechs. Hm. Ich hätte gerne den Springteufel. Hm. Oh, Tauben im Vogelkäfig. Oh. Säbel. Nee, ich hätte gerne den Springteufel. Ja, ich möchte ihm den Springteufel kaufen. Ach, wie schön. So. Also, was haben wir denn hier? Wenn ich ein geeignetes Werkzeug hätte... Ich habe ein geeignetes Werkzeug. Guck mal. Cool. Und da lag ja eine Maske drunter. Und ein Auge. Natürlich nehme ich gerne mit. Glasauge. Eine Bürste ist das. Ah, ja. Hier brauche ich... Ich würde gerne den Knopf drücken, aber es gibt gar nichts zu drücken. Moment. Du sagst, ich kann das Glas... Okay, klar. Wieso nicht? Natürlich. Wieso nicht? Okay. Was haben wir dort? Hallo? Was hast du denn hier aufregendes? Eine Kürbisfigur. Klar. Sieht so aus, als hätte er etwas im Maul. Ich habe aber nichts zum... Kili, 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 Kili. Kann ich nicht. Nee, geht nicht. Okay. Was haben wir noch? Oh. Lange wird sie Annabelle nicht mehr zurückhalten können. Ich muss mich beeilen und mich verstecken. Ja, wir haben eine Zeit der Welt. Hä? Was ist da? Ich kann es nicht erreichen. Aber ich könnte es einfach abschießen. Das war zu leicht. Oh, hi. Da bist du ja... Hey, Kumpel, ich bitte dir ein Deal an. Ich gebe dir etwas Leckeres und du gibst mir dieses Ding. Oh? Wisse? Oh. Na, verputzig. Oh. Den Button. Na, siehste. Knopf, den drücken wir einfach da rein und dann funktioniert das auch sofort. Ja. Alles klar. Eine Fledermausfigur. Die hier drüben praktischerweise reinpasst. Und da oben passt die Kürbisfigur rein. Und dann passiert folgendes. Wimmelbildspiel. Yes. Also, lass mal gucken. Oh. Okay. Äh. Kuchen und Erdbeeren ist... Erdbeeren? Na ja, kurz. Pudding. Ähm. Das hier könnte ein Milchshake sein. Ne, das war das andere. Was ist das hier? Ist das ein alkoholisches Getränk? Ne. Was kann ich damit machen? Eis. Eis, Eis, Eis. Pistazienleis. Hm. Gar nicht schlecht. Okay. Kuchen und Kirschen. Kuchen und Kirschen. Hm. Ah, hier. Da ist der... Was? Wäre es mit Kürbissaft? Ich habe ihn nie probiert, aber ich glaube, er ist ziemlich lecker. Joa. Kürbissirup ist auf jeden Fall lecker. Dann würde es Kürbissaft vielleicht auch sein. Aber habe ich hier irgendwo ein Kürb... Alter, was ist das? Waffeln und... Das hatten wir ganz am Anfang, ne? Waffeln und getoastet? Ne. Nicht meine beste Idee. Aber ich kann den Toast da reinstecken. Katsching. Es wäre der Toast. So. Da ist ein Kürbis. So viel zum Thema. Kürbissaft. Ne, habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Zack. So. Feuer und... Keine Ahnung. Ähm. Apfel und... Eis? Oder Apfel und Eier? Apfelkuchen? Ne. Aber da ist Schokolade. Hm. Äh. Das hier sind Muffins, ne? Cupcakes. Entschuldigung. Nicht Muffins, sondern Cupcakes. Da ist der Bratapfel. Ähm. Cupcakes. Und was mache ich mit dir? In die Torulade tun. Ah, tatsächlich. Uh. Lecker, lecker, lecker. Würstchen und Brot. Würstchen und Brot ist ein Hotdog. Ähm. Zucker und... Was soll ich das darstellen? Ein Regenbogen? Das da? Ne. Zucker und... Puh. Zucker und... Ein Regenbogen. Eier? Ne. Was ist damit denn? Es ist zu heiß. Heiß, heiß, baby. Maronen sind lecker. Ah, okay. Es waren also Maronen. Okay, also Kuchen und Kirschen haben wir noch. Äh, Cupcakes. Und... Irgendwas ganz Süßes. Das sind Cupcakes? Ja. Kuchen und Kirschen. Hm. Das ist hier doch in Regenbogenfarben. Hm. War es wohl nicht. Das hier? Auch nicht. Die da habe ich schon getestet. Kuchen und Kirschen. Kuchen und Kirschen. Hm. Ist das ein Kirschkuchen? Es ist ein Kirschkuchen. Die Kirschen waren besonders gut zu erkennen in den Kuchen. Sugar und... Ja, irgendwas Buntes, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Aber das ist es nicht. Die Jelly Beans sind es auch nicht. Ach, halt die Klappe. Die Jelly Beans sind es auch nicht. Die sind es nicht. Die sind es nicht. Was kann es denn sonst noch sein? Aus Zucker. Was nur aus Zucker gemacht wird. Das ist es nicht. Dralinen sind... Ne. Ihr auch nicht. Puh. Ihr seid sehr zuckerhaltig. Aber das ist es nicht. Zitrone. Das Popcorn ist es auch nicht. Ihr seid es nicht. Und ihr seid es auch nicht. Hm. Oh, warte mal. Hier oben? Ne. Da drüben? Nein. Was kann es denn sein? Zucker. Es ist hier in den meisten Sachen ziemlich viel Zucker. Keine Ahnung. Minze? Quatsch. Blödsinn. Das, was am unwahrscheinlichsten ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was es sein kann. Ich habe ja jetzt auch schon in so circa alles draufgeklickt. Hä? Okay. Es gibt hier viel... Ah, Zuckerwatte. Natürlich. Ah. Zuckerwatte. Okay. Das nehmen wir. Jawohl. Ein Türklopfer. Okay. So. Und hier. Mhm. Ich gehe mal da rein, ne? Sie klopft an. Ist ja süß. Okay. Aber... Aber... Freut mich, dich kennenzulernen. Was ist das hier für ein Ort? The World of Nightmares. The Origin of Felix's Circus. Oh. It's inhabited by his Monsters and the people who Felix abducts during his shows. Hm. Okay. Ähm... Was ist mit meiner Schwester passiert? All the abducted people turn into Monsters in this world. Okay. Da müsste ich das aber und du nebenbei gesagt auch. The longer your sister is here, the fewer chances we have to save her. Äh... Klar. Erstmal ein bisschen Druck aufbauen, ne? Okay. Wie kommst du hier her? I got here ten years ago, when I was a teenager, and this cursed circus came to the real world. Oh. 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 Okay. Äh... Und jetzt? Und warum hast du dich nicht in ein Monster verwendet? The bracelet I bought from the fortune teller keeps me alive here. Ah. You have a similar one, by the way. Ah. Okay, das erklärt das. Ja, vielen Dank. Felix knows how to break the curse. But I have no idea where his Lair is. I'm sure Roshar knows, as he's Felix's right hand man. Mhm. I guess now Roshar is transferring the captives into the tent. We must find a way to get there. Hm. Okay. Ich glaube nicht, dass Roshar mir helfen wird, aber zumindest kann ich einige Hinweise finden, die mich zu Annabelle führen würden. Lass uns gehen und ihn finden. Ja, sehr gerne. Das nehmen wir erstmal mit. Oh, du bist ja ein ganz kurziger. Okay, können wir mal kurz zum gucken. Kurz zum gucken. Da. Engel unter der Kuppel. Er war eine tragische Geschichte. Das war es. Christopher Korb starb bei einem Auftritt unter der Zirkuskuppel. Er flog vom Himmel, dem Himmel ein wenig zu nah. Oh, wie hieß er noch? Ja. Nach diesem Unfall begannen die Menschen mehr auf die Sicherheit der Artistin zu achten. Ja, die müssten eigentlich auch ein Eigeninteresse haben und so, ne? Also, mhm. Okay. Gut, was haben wir denn noch? Du bist ja eine ganz muntere Puppe. Aha. Ja. Süß. Okay. Da ist nichts weiter. Ne, ah. Ja. Ne, ist schon gut. Hier blinkt es aufgeregt. Also, hier haben wir... Da soll es Tickets geben, ne? Wo sind denn die Tickets? Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Ich bin mir nicht sicher, ob es mir Spaß machen wird, mit bloßen Händen den Dreck zu wühlen. Womit könnte ich es ansonsten machen? Mit der Tasse. Tatsächlich. Okay. Da ist eine Mutter drunter. Und hier soll es... Was brauchst du? Wer hat deine Musikinstrumente gestohlen? Ich werde sie finden und zurückgeben, mein Freund. Hier soll es Zirkustickets geben. Echt? Ach, da hinten. Ne. So. Kann ich schon irgendwas kaufen? Shopping. Für fünf. Ich glaube, wir sollten uns ja nicht mal an die teureren Sachen machen, ne? Die könnte ich kaufen. Ja, versuchen wir es... Ach so, sieben Tickets. Naja, gut. Versuchen wir es. Säbel. Ich versuche es erstmal mit den sieben Tickets. So. Ähm, okay. Da ist nichts weiter. Gut. Was haben wir hier? Hier braucht es auf jeden Fall eine Mutter. Noch was? Nein, es geht auch so. Okay. Wir können uns irgendwo durchsägen. Das ist sehr gut. Was haben wir hier unten? Hm. Hier fehlen eine Menge Leute, ne? Uhrzeiger und Uhrzeiger. Uhrzeiger und... Was haben wir hier eigentlich alles? Vorhin geschlossen? Bürste? Kette? Ah. Ich habe schon die erste Puppe gesammelt. Na gut. Hier ist auch noch was. Oh, das sieht nicht gut aus. Es ist zehn Jahre her, dass wir sie das letzte Mal in die echte Welt besucht haben. Und dieses Mal werden wir keinen Fehler machen. Usha. Wieso schreibt er das so auf? Du hast da bereits einen Fehler rum. Oh, Usha. Okay. Vor allem Schluss. Kann ich damit dran rumklimpern? Ne. Kann ich damit dran rumklimpern? Das wäre alles geeignet, um da rumzuklimpern. Schade aber nicht zu funktionieren. Gut. Also, hier. Very much good. Oh, yeah. So. Was ist denn mit dir? Übrigens, danke für deine Hilfe. Ich werde versuchen... Ich werde versuchen, dich mit rüberzunehmen. Okay. Wow. Hier haben wir einen. Bewegt dich nicht. Warte. Es ist doch ein... Ne. Eine Auszeichnung. Okay. Wer könntest du wohl sein? Ne. Du. Ordentlich. Wer ist die Auszeichnung? Nix. Nix. Oh. Verzeihung. Ich wollte mich stören. Wer ist die Auszeichnung? Hm. Naja. Gut. Warum bist du so traurig, Mädchen? Hast du dein Spieltück verloren? Hm. Hm. Ja, weiß ich aber noch nichts mit anzufangen. Das? Das ist die Auszeichnung. Eine... Fliege aus Glas? Äh. Zirkusdirektor. Oh ja. Jahrelang harte Arbeit hat dich zu einem unglaublichen Erfolg geführt. Äh. Ja. Okay. Ja. Motivierender Spruch zum Montag. Äh. Etwas Licht könnte hier nicht schaden. Ja, ja. Okay. So. Da ist... Da haben wir Tickets. Sehr gut. Warte mal. Müsste ich jetzt nicht schon... Ne. Ich hab noch nicht alle zusammen, oder? Das nehm ich mit. Oh nein. Die getrocknete Farbe ist überall. Wie kann ich sie loswerden? Äh. Mit der Bürste. Ja. Aber leider nicht mit der Bürste allein. Ich brauch Alkohol oder so, ne? Oh Mist. Sie ist so schwer. Ich kann sie nicht heben. Gibt es ein Werkzeug, das das machen kann? Äh. Finden wir schon heraus. Hier ist auch noch was. Oh. Mineralwasser. Cool. Ja. Wasser haben wir hier wirklich nicht genug. Ein Wagenheber. Ich wünschte, ich könnte ihn nehmen. Aber ich kann das Teil... Was? Ich kann es nicht, weil ein Teil davon fehlt. Das ist es nicht. Das ist es übrigens auch nicht. Hm. Okay. Ja, will ich schon finden. Und? Es werde Wasser. Cool. Sollte das Rohr besser flicken, bevor ich... Hier... Bevor hier alles mit dem Spitz- und Wasser überschwemmt wird. Es scheint doch ganz gut abzulaufen, oder? So. Mit Mineralwasser allein. Ich glaube, du brauchst eher etwas Alkoholhaltiges, doch. So. Das nehme ich mit. Und sonst nehme ich nichts mit. Ein Gürtel könnte hier helfen. Gar nicht schlecht. Sogar komplett dicht. Noch im Garage. Ey, ohne es dann... Das ist der Garage, wo Felix und Roshar experimentierten mit Toys, versuchen, zu herausfinden, wie Menschen in Monster zu machen. Ja. Die Sache ist aber... Warum haben sie das getan? Und jetzt möchte ich auch wissen, wie. Sie wurden die Toys in lebende Dinge transformiert. Ich bin sicher, dass ihre Noten uns ein Fahrzeug machen können, das uns in die Tent zu machen. Lass uns sie suchen. Hm. Okay. Du kannst auch die hidden passage in Roshars Raum suchen. Es müssen einige Noten auf dem Welt, wo wir jetzt sind. Das ist eine gute Idee. Ja, ich sollte nach diesen Notizen suchen. Okay. Ich habe hier ein strange Buch gefunden. Vielleicht kann es dir helfen, die secretische Passage zu öffnen. Also, fahre es. Okay. Quass. Danke sehr. Roshars Buch. Hm. Der Roshar scheint mir... Es ist Zeit, ein Zauberer zu werden. Ich sollte einen Weg finden, das Spielzeug zu überleben. Der Roshar scheint mir aber... Ja, weiß ich nicht. Es kommt mir so vor wie... Ähm... Er ist gar nicht so einverstanden mit dem Eilen hier, ne? Also, da oben, das ist es doch, ne? Uh, Feuerspucker. Sehr cool. Sehr cool. Auszeichnungen. Äh... 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 Einfach aus ihm heraus. Äh... Tricks. Äh... Ich glaube, die nehmen wir als nächstes, ne? Ich möchte die Kiste für den Segel trinkt haben. Also, noch sechs Stück. Oh nein, es ist mir nicht angenehm, einen Splitter zu bekommen. Ich muss einen anderen Weg finden, die Holzspiele loszuwerden. Ja, da haben wir glücklicherweise gerade gar nichts. Ob das das Segel des Besitzers ist, dann werde ich es wohl öffnen können. Vielleicht kann ich es hier irgendwo finden. Sehen wir uns um. Da ist nichts. Was ist hier? Okay. Ein Zettel. Jeder hat seine Rolle gelernt. Ich habe viel Zeit, mich darauf vorzubereiten. Zehn Jahre. Es wird eine großartige Show werden. Okay. Es tut mir leid, dich zu enttäuschen, Felix. Aber es wird keine Show geben. Ja, er hat doch schon was er will, oder? Oder will er mehrere Menschen in Monster verwandeln oder kidnappen. Und die Frage ist, wofür? Oder für wen? Um dieses Spielzeug in ein lebendiges Wesen zu verwandeln, muss ich es mit einem Zauberspruch bewegen. Aber welcher Zauber? Aber Kadabra. Katsching, du bist ein lebendes Pferd. Hat nicht funktioniert. Schade. Na gut. Da ist auch noch was. Da ist nix, da ist nix, da ist nix. Okay, gehen wir erstmal in die Werkstatt. Was bist du denn? Taschenlampe ohne Batterien. Super. Warum liegt so was hier rum? Ein Stück von... Ein Knopf. Okay. Oh nein, sie ist kaputt gegangen. Damit der Mechanismus funktioniert, sollte ich die Fragmente dieser Kette verbinden. Ja, ich habe eine Kette dabei. Aber das reicht nicht, ne? Vielleicht mit dem Vorhängeschluss? Das funktioniert tatsächlich. Das ist ja verrückt. Okay, was jetzt? Oh, drehe die Zylinderteile, um durchgenehmt auf jedem Teil zu erhalten. Wie lange ein Teil aus musst du drehen? Richtig platziere die Zeile, werden die hervorgehoben. Ich glaube, dann ist das ziemlich einfach. Kann das sein? Vielleicht ist es doch nicht so einfach. Okay, das kann das Mögliche sein. Okay, passen die denn schon zusammen? Hier ist es... Oh, warte mal. Der hat sich mitbewegt. Der bewegt sich mit! Die Sau. Unglaublich. Okay, also ich hätte gerne den Zweier hier. So. Ein Dreier. Den kann ich gar nicht bewegen. Ah, interessant. Den kann ich gar nicht bewegen. Also, ist das jetzt so richtig? Weil eigentlich passen die ja relativ gut zusammen, ne? Ah, gut. Der hier passt nicht so ganz, aber... So, jetzt passt er gut. Müsste eigentlich richtig sein, oder? Keine Ahnung. Okay, hier kommt... Ah, toll. Der bewegt sich mit. Vielen Dank. Moment, gibt es ja auch einen, der sich nicht bewegt. Oh nein, der bewegt den mit. Oh nein. Okay, na cool. Das kann ja noch heiter werden. Das ist der Richtige, ne? Ja. So, drei. Da gibt es keinen passenden zu. Nee, der ist es nicht. Es muss dieser sein. Aber es gibt da keinen passenden zu. Es sei denn, das wird als passend akzeptiert. Hm. Weiß ich nicht. Das scheint ja unpassend. Aber es ist das Einzige, was hier geht. Hä? Hä? Es gibt hier nur diesen einen. Okay. Das kann es wohl kaum sein. Es muss dieser hier sein. Kann aber nicht. Warte mal, da war doch eben ein Dreier. Da, guck mal, der da. Oh, warte mal. In Theorie kann es sein, dass nicht nur hier das durchgängig sein muss, sondern auch hier und hier. Ist das möglich? Dann ist das hier aber mal mega falsch. Nein, kann nicht sein, ne? Weil nur, dass er eine hier angezeigt wird. Aber ich kann den da gar nicht auswählen. Lass mal gucken. Gibt es da eine Option? Nee, gibt es nicht. Okay. Hm. Na schön. Also eins und zwei. Zwei und zwei. Und der dreht den wieder mit. Toll. Nein, das war eben schon. So. Zwei und drei. Okay, könnte theoretisch funktionieren. Tut es aber nicht. Hm. Drehe die Zylinderteile, um eine durchgehende Linie in jedem Teil zu erhalten. Wähle ein Teil ausgerufen, soll ich dich plötzlich zu erwähnen? Hervorgerufen. Das wird doch gar nichts hervorgerufen, ne? Ich gehe mal auf schwer. Oh, da. Puh. Habe es geschafft. Yeah. Okay, hat ein bisschen Fummelei gebraucht. Aber letztendlich hat es funktioniert. Gut. Also. Voila. Was haben wir da? Eine Pumpe. Eine Pumpe. Okay, gut. Ja, cool. Gut, hier sehen wir uns gleich weiter um. Gebt mir einen kleinen Augenblick Pause. Ich bin gleich wieder für euch da. Macht's gut. Gut. So. So. Untertitelung des ZDF, 2020